hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu scrap mechanic 2 weiter geht es jetzt hier wir hatten letzte folge den roboter fertiggestellt worauf ich das eigentlich noch aus bin ist das man die ganzen kram erst mal ablehnen weil mein inventar ist so zugeschissen hätte ich eigentlich schon ganze zeit machen könnte theoretisch das soll man halt später noch alles weg machen ganzen räder zum beispiel ich hoffe dass man die halt irgendwie klein machen kann das ist ja cool wenn auch immer länger wie man jetzt hier am besten anfangen eigentlich schon die ganze zeit machen können theoretisch ein siegel egal ich denke mal hier werden wir erst mal ein bisschen bleiben bevor wir dann weitermachen so drei von denen tollen ist jetzt egal aber können wir die kiste kraften also jetzt muss ich zum kraften roboter weil plan ist halt ich will das teil haben den cook bot und danach vielleicht mal diese sachen halt das ist fürs klein machen da ist halt noch ein bisschen von den teilen noch ein bisschen besorgen er hat fertig er hat fertig 20 stück können wir von denen noch mehr kraften können wir sogar jawohl es sieht so lustig aus wenn der kraft ist das ist dauerstrahl nein ist noch nicht fertig ähm ja da brauche ich noch ein anderes metall scheiß und verbessertes ja genau jetzt schön mein freund aber auch wahrscheinlich das wie kann man das herstellen tools ich habe gerade aktuell alle tools umgehör man kann ja auch tauchen das ist ja auch relativ cool knöpfe und ok wahrscheinlich brauche ich da echt metallblock metallblockstufe 1 und erstmal weiter warte kann man hier suchen block und da ist fertig so hier wirst du doch irgendwo in der chest sein oder radio als container radio und natürlich braucht man natürlich ein radio pumpe oder wird das erst anlockt in der nächsten stufe kann eigentlich gar nicht sein aber es ist so kacke wenn man hier nicht suchen kann aber warte mal was ist das vielleicht das andere hier ne da macht er nur das ne da müssen wir halt echt noch ein bisschen inventarlos werden wo sagt inventar platz machen weil das kann aber bestimmt alles irgendwie klein machen die karotte rein ne suchfunktion wäre echt nicht schlecht ne suchfunktion wäre echt nicht schlecht das würde ich stundenlang gesuchen müssen was das block ja jetzt fest jo da muss ich erst mal tauchen gehen der dritte 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 ob das ganz jetzt hat ganz kurz gehockt und was tut muss man sonst als 6 auch ohne aber du langsamer ok ok hier kann man tauchen 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 mal ja sehr gut ab zu nix und jetzt noch eine muschel so es ist glaube ich noch ein muschelzeug haben es ist wieder tag geworden ich würde eigentlich gerne mal wissen was der härteste metallblock ist wo die fiecher wenn die halt echt hier angerannt kommen wo meine base überfallen rücken aktuell besteht aktuell ist sie noch frei und das wo auch noch eine bei bäumen umkloppen die müssen noch mal ins wasser oh die wachsen schon sehr schön das wäre doch cool wenn hier so in hüllen gibt es oder so kommt bestimmt noch kommt bestimmt noch ach so renn mein jung vor damit gut das hin und her ist halt echt ein bisschen ein bisschen übel aber egal Ich weiß, was das ist. Chess war es gewesen, ne? Large chest. Die ist wahrscheinlich noch größer, aber... Wozu jetzt auch? Dann können wir noch ein paar Sachen reintun, zum Beispiel. Das sieht so geil aus, wie der Crafted, ey. Ich bin noch ziemlich unschließlich, wie lange ich die Folgen mache. Müssen wir mal gucken. Schauen wir mal, ob wir noch ein paar Kollegen auf der Ecke sind. Könnt ihr vielleicht noch irgendwann mal die Straße lang gehen? Und ich denke, hier bei der Tanke werden wir auf jeden Fall bleiben. Fürs Erste. 15 Minuten noch. Gib mein Gast, Junge. Kräfte, Kräfte, Kräfte. Wieder reingucken. Mach auf! So. Packen wir erstmal mal hier hin. Oh. Das raus, das da rein. Einmal, den könnten wir mal hier oben hin tun. Doch irgendwas, was man rausnehmen kann. Ja. Das können wir auf jeden Fall setzen. Na gut, können die kann nächstes noch machen. ganzen Blöcke. So. Die können wir essen. Ich denke mal, die werde ich jetzt nach und nach jetzt umcraften. Aber noch eine weitere Chest wäre, denke ich mal, nicht schlecht. halt das trinken könnte ich mitnehmen. Ja. Also ein bisschen mehr Lagerplätze haben. Weißt, wir gehen nochmal kurz runter. Holen nochmal, äh. Oh. Ich hab Durst. Junge. Bleib mal entspannt. Achso. Na, wir sind halt jetzt schon. Oh, ist soweit. Wachsen die Muscheln nach? Sieht aus, ob die Windeln nachwachsen. Das ist ja cool. Aber sonst muss ich ja immer wieder nach mehr. Zack. Wir brauchen sechs Muscheln brauchen wir. Was ist das denn? Okay. Man kann doch mal lange die Luft anhalten. Ah, das Schwimmen ist so cool. Muscheln. Muscheln. Oh, ist halt auftauchen. Ah, 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 ah. Ah. Und hier runter. Ah. Das war Nummer vier. Das war Nummer vier. Nummer fünf. Und. Nummer sechs. Ach, die kann man halt so viel Kram erkunden, wahrscheinlich. nicht. Ich hatte schon die Idee gehabt, ob ich hier aufs Wasser baue einfach. Damit die Viecher nicht angreifen, aber ich glaube, die können schwimmen. Oder? Na, ich weiß nicht. Müssen wir mal gucken. Ich weiß noch nicht, wie ich die ganze, wie ich die Base baue. Mal gucken. München. Wir müssen erstmal Sachen finden. Und das werden wir die nächsten Folgen erstmal krass tun. Wir werden erstmal jede Menge chests bauen. Das heißt, wir werden alles abreißen was geht. Auch wenn ich jetzt nochmal in diese Towers reingucken. Ich glaube, die Kisten spawnen glaube ich nach. und da müssen wir halt den cooking ofen ist jetzt als ziel gerade aktuell und diese drei diese vier sachen halt das war die mal erstmal erst mal hierhin stellen zwei mal bitte vielen dank das öl ich habe er gefunden woanders heißt das chest weil sie hier da jetzt auch sie da ein bisschen ich denke mal so 15 15 bis 20 minuten ist denkmal so eine gute zeit die man halt nutzen kann ja dann wahrscheinlich nächste folge echt dieser auf erkunden weil da ist es ja relativ geil gemacht und dafür ist es eigentlich ist die gäste ist ja so weit in der welt gibt es wahrscheinlich so viel zu erkunden ich weiß sie fragen wie groß ist die welt eigentlich kann man man kann sich bestimmt hat koffer laufen und das zeit ist noch mal abgehend das war das ganze hier anloggen dafür bräuchten wir bräuchten wir mehr von den teilen und so lange bleibt es erst mal so los zehn sekunden noch gibt mir platz später werden auf diese lounge teile umsetzen aber dafür bräuchten wir auch wieder diese teile wir sind gerade echt wertvoll chest da können wir jetzt das reinschmeißen das trinken behalten war essen behalten waren und jetzt dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder wenn es euch gefallen hat haut rein bis dann und tschau tschau